Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten euch heute zeigen, wie einfach es ist, unser LED-Strip-Package mit Drehdimmer zu installieren. Wenn ihr unser Paket öffnet, findet ihr darin drei verschiedene Produkte. Öffnet diese nun aus ihren Verpackungen und legt sie für den Zusammenbau bereit. Ihr habt nun ein LED-Strip vor euch liegen, ein passendes Netzteil dazu, sowie einen Drehdimmer für die Steuerung. Zu Beginn schließt ihr nun den Dimmer an das LED-Strip an. Dazu verbindet ihr einfach die beiden Stecker. Als nächstes verbindet ihr das andere Ende des Dimmers mit dem Netzteil. Achtet dabei darauf, dass ihr die beiden Anschlüsse fest ineinander steckt. Jetzt bloß noch den Netzstecker in die Dose rein und schon könnt ihr das LED-Strip über den Drehknopf am Dimmer einstellen. Tja, das war's auch schon. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem LED-Strip und bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Beilenteam.